Parkett und Bodenbeläge Emil Schwarz GmbH in Backnang, Waldrems. Auf über 400 Quadratmeter Ausstellungsfläche können Sie sich von unserem Sortiment inspirieren lassen. Ob Parkett, Kork, Teppich, PVC, bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand vom Fachbetrieb. Unsere natürlichen Holzböden laden zum Wohlfühlen ein und haben besondere gesundheitliche Aspekte. Unser Fachpersonal berät Sie gerne weiter und plant gemeinsam mit Ihnen den richtigen Bodenbelag. Auch in Sachen Pflegemittel finden Sie bei uns bestimmt das Richtige für Ihren Boden. Sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns, wenn es um Ihren Boden oder Treppe geht. Wir liefern alles aus einer Hand. Outro Chao 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 Untertitelung des ZDF, 2020